Darf ich jetzt zum Kommandanten? Solltest du nicht Wache halten? Ja, ich muss zum Kommandanten. Beziehungsweise, ich brauche einen Stuhl. Was ist der Kommandant? Sieht der aus wie... Keine Ahnung. Warte, die... Sieht aus wie das, was ich hier habe. Er ist ein Pirat! Leer. Wie ist die Kamera so weit rausgesumt? Soll das irgendwie dramatisch sein, weil da vorne eine wichtige Person steht? Leer. Ja, hier zoomt es raus. Auf Spinnen zoomt es rein. Leer. Leer. So, sonst wären wir in der Kirche. Hey Kommandant, ich rühre dich einfach mal gerade, okay? Nichts. Ereignisprotokoll. Soldat Hart zu zwei Tagen verließ verurteilt wegen Missachtung der Kleidungsvorschriften im Burghof. Soldat Eingar, Schädel von Zugbrücke eingeschlagen nach Versagen der Seilwinde. Mechanismus immer noch instabil. Soldat Gaff nach heruntergefallenen Fass im Zustand bleibender Verwirrung. Soldat Dottel wettete zwei Florien, dass er über den Abgrund springen kann. Eine Bestattung fehlt morgen statt. Soldat Schree auf den unteren Ebenen von Spinnen getötet. Soldat Parkhoff auf einem zerbrochenen Glas Schneckenschleim ausgerutscht und hingefallen. Soldat Schnur betrunken im Dienst, eine Woche lang der schreienden Tür zugewiesen. Ach, das ist der, der unten Wache hält bei unserer Zelle. Der schläft. Soldat Flack von fliegender Flasche getroffen und in Ohrmacht gefallen. Soldat Nils, wegen Diebstahls offizieller Dokumente angeklagt, sitzt im Verlies in Gewahrsam. Okay. Zwischenbericht von der Küste. Einfach so mitgehen lassen. Eine Liste von Küstenorten und vom Status der dort stationierten Streitkräfte der Roten Pfote. Ports Garn. Balatonisches Transportschiff gekapert. Das Schiff sank innerhalb der Hafenmauern. Stretterei an Kais. Fünf. Zwischen Crews, der Spitzmäuse und Wiesel. 13 Festnahmen. Das Icon konnte ich so schlecht lesen. Äh, Belkai. Kleinere Vorfälle von Diebstahl gemeldet. Keine Festnahmen. Pirum. Pirumshafen. Kleinere Schmuggelaktivitäten gemeldet. Zusätzliche Nachpatrouillen empfohlen. Dann. Burg die Ruin. Alles ruhig. Ja. Sodass jetzt wo ich hier bin. Und wenn ich den ganzen Ort auch besuchen kann. Marten an der Treve. Quarantäne in Marten auf weitere 21 Tage verlängert. 19 neue Fälle von Lasa-Fieber gemeldet. Trummel. Patrouille meldet Verwüstungen durch wilde Donnergraben in den Ruinen von Trummel. Letzte Einwohner haben endlich ihre Häuser verlassen. Pannburg. Garnisionskommandant bestätigt Erfolg von Zusatztruppen aus Juwa. Beim Niederschlagen von Aufwieglern. Garnision in Pannburg weiterhin auf höchster Alarmstufe. Gartbrunn. Trupp der Gartbrunner Rattenwache nach Vorfällen in Skralen, Trummel und Pannburg dorthin verlegt. Präsenz der roten Pfote sehr niedrig. Skralen. Sieben Händlermäuse auf der Straße nach Skalen überfallen, ihre Waren gestohlen. Zusätzliche Wache. Wacheskorten. Ach, Escorten, die tun mir jetzt schon leid. Treffen diese Woche ein. Kastelbach, alles ruhig. Das wird sich auch nur ändern. Falls ich dort überhaupt hinkomme. Keine Ahnung. Irgendwas auf dem Tisch. Wir packen Menschen. Hätten ja Stücke sein können, ne? Ich hätte es lustig gefunden, wenn es irgendwie die Tür wäre, die da rausgeführt hat. Aber das würde rein vom Aufbau keinen Sinn ergeben. Ist das denn ein Bett, oder? Ne, mit Sicherheit nicht. Eine Haarbürste! Oh! Die schenke ich meiner Frau. Königliches Beinkleid. Kann ich mich dann auch noch als König verkleiden? Diese Kluft basiert auf dem zeremoniellen Gewand von König Noor. Dem großartigen, legendären Kriegerkönig. Auf Tryptika, die von seinem Leben erzählten, zählt König Noor immer eine goldene Krone, einen langen weißen Bart, eine prächtige, perlenbesetzte Tonika, ein königliches Beinkleid, ein elegantes Paar Strümpfe und Schuhe. Oh! Ich kann mich als König ausgeben! Hi! Wow! Ich suche deine Wanne abgedeckt und da liegt ein Kopfkissen drauf und Tinten fast mit Feder. Ich hätte hier noch einen Eimer! Was soll ich mit den ganzen Eimern? Putzdienst checken. Putzdienst. Ah, du hast nicht gerade einen großen Stuhl, wie ich es mir erhofft hatte. Aber wir können uns als königliche Hoheit ausgeben. Oh! Dann werde ich zu inspiriert, ein Lied auf der Harfe zu spielen. Ich habe gesagt, ich bin inspiriert, ein Lied auf der Harfe zu spielen. Schön, wie auf der Seite die Seiten einfach unsichtbar sind, aber hier sieht man sie. Also Gerard konnte auf der Harfe spielen, in einem der Thief 2 Level. War es nicht sogar das Erste? Oder... Da gab es irgendein Musikzimmer. Ahhhh... Lass mich grad mal überlegen... Oder war das ein Level, wo wir... wo diese... mechanischen Diener, nenne ich sie mal. War das das Level, wo wir... zweimal rein mussten, einmal ohne gesehen zu werden, und dann einmal... durften wir machen, was wir wollten? Ich weiß es nicht mehr. Kommandant! Ich melde mich zum Dienst. Aha, Recke nehme ich an. Soldat Recke meldet sich zur Stelle, Kommandant. Du bist eher noch kleiner, als ich gehört habe. Nicht von großer Statur, aber großen Mut. Nein, ich habe keinen Mut. Dann willkommen in der... in Burg Dilluin. Heißt es nicht Burg Dilluin, Kommandant? Oh nein, das ist ein weit verbreiteter Irrtum, aber umgangssprachlich hier sehr beliebt. Es würde dich interessieren, dass die Burg nach dem Helden Dilluin benannt wurde. Dem Helden des Krieges gegen die grüne Flamme. Und was ich mit Stolz sagen kann? Einer meiner Vorfahren... Uh, du bist also der Nachkomme des Helden. Väterlicherseits, ja. Es ist gar keine große Sache. Man sagt, Dilluin selbst lege in den Katakomben unter dieser Burg begraben, wo die Spinnen sind. Und im klaren, mondhellen Nächten streifen... Streife seinen Geist immer noch durch diese Korridore. Es spukt! Es gibt Spinnen! Horror-Szenario incoming! Es spukt in der Burg. Es haben in all den Jahren zumindest viele behauptet. Seltsam. In dieser ganzen Zeit habe ich ihn nie gesehen. Trägst du da eine Laute? Äh... Ja, ist das ein Problem? Kann ich sie mal sehen? Äh... Pass aber auf, sie ist ziemlich zerbrechlich. Aber natürlich. Das verstehe ich. Ich bin selbst so eine Art Musikant. Deswegen der Kragen um dein... ...als? Auch wenn er so aussieht wie ein bisschen der Kragen, den ich von meinem Piratenkostüm übernehme. Das habe ich mir gedacht, Herr Kommandant. Ja. Bestimmt nicht wegen der Harfe. Oh! Ob wir vielleicht jetzt so ein Musikduett machen? Er auf der Harfe, ich auf der Laute? Und jetzt habe ich eine Aufgabe für dich. Äh... Natürlich, Herr Kommandant. Stets zu ihren Diensten. Tyros Volker, unser Wärter ist verschwunden seit dem letzten Blutmond. Hat ihn niemand mehr gesehen oder von ihm gehört? Dann hat ihn wohl Hösine mitgenommen. Detra Prinz der Jagd. Man hat in seiner Kammer ein Tagebuch gefunden. Darin wird beschrieben, wie eine Schmugglerbande aus dieser Burg heraus ihr Unwesen treibt. Unter der Führung eines Schurken, den sie Meister nennen. Okay. Okay. Es stimmt, was hier steht. Es sind fünf Wachen dieser Gansion daran beteiligt. Ich will, dass du diese fünf Schmuggler auf die Schliche kommst, Drecke. Finde heraus, was mit dem Wärter ist. Und demaskiere diesen sogenannten Meister. Das ist ein diffizielles Unterfangen, Drecke. Ich will, dass du dabei äußerst Diskretion walten lässt. Ja. Ich schlage vor, dass du mit deinen Ermittlungen in der Schmiede startest. Ich habe das Gefühl, dass der Schmied über beinahe alles Bescheid weiß, was hier so vor sich geht. Und was passiert, wenn ich scheitere? Dann lasse ich dir deinen Rang und die Rüstung abnehmen und werfe dich ins Verlies. Nicht schon wie jeder. Aber ich habe vollstes Vertrauen in dich, Drecke. Der Wärter. Denken Sie, dass er noch in der Burg ist, Kommandant? Genau das sollst du herausfinden, Drecke. Alter, bin ich... Habe ich eine Detektivkleidung oder bin ich ein Soldat? Eine Wache. Das ist ein Fall für Batman. Sehr gut, Herr Kommandant. Sollte jetzt gehen, Herr Kommandant, mit Ihrer Erlaubnis? Ich fürchte, der Wärter wurde ermordet. War das die Leiche, die wir im Poland gefunden haben? Nein. Mit Ihrer Erlaubnis? Wie? Wir haben auch eine Erlaubnis. Haben wir nicht auch irgend so ein, hm 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 hm, des Wärters gefunden? Ich weiß nicht mehr, wie dieser Gegenstand genau hieß. Was stand da nicht Wärter dran? Er mordet, bist du sicher? Ja, ich habe so eine Leiche unten im Brunnen gefunden. Und du bist nicht auf die Idee gekommen, das zu erwähnen. Ich habe ihn doch gerade erst gefunden, als sie mich herbestellt haben. Welche Beweise hast du dafür? Das hier, Herr Kommandant, ich habe den Obolus, hieß das. Okay, es wächst das. Ist das ein Blut? Danke, Recke. Herr Kommandant, soll ich meine Ermittlungen an Inni dieser Sache fortsetzen? Nein, nein, überlass das mir, Soldat. Du kannst gewiss sein, dass der Mörder seine gerechte Strafe findet. Nun, danke für deine Hilfe in dieser Angelegenheit, Recke. Ich würde im Jegen so gerne etwas für dich tun. Hm, kannst du vielleicht noch Silas runterschicken und nicht mich? Was hast du denn so gedacht? Nun, dann wollen wir mal sehen. Deine Rüstung, Recke, sie sitzt ganz schön schlecht, oder? Ja, ich meine, sieh dich nur an. Du kannst ja kaum darin laufen. Ich lasse dich vom Schmier etwas anpassen, wenn du willst. Etwas weniger Gewicht vielleicht. Den Bauchreifen kürzen und die Beinschienen anpassen, damit du dich besser darin bewegen kannst. Oh, und er sollte dich über die Fallen informieren, angesichts der ganzen Probleme, die wir mit den Spinnen haben. Aber eins nach dem anderen. Hm, also... Der Kommandant greift zu Papier und Feder und beginnt zu schreiben. Nachdem er seinen Namen unter... darunter gesetzt hat, faltet er das Schriftstück zusammen und versiegelt es mit Wachs, bevor er es gegibt. Gib das dem Schmied! Er wird wissen, was damit zu tun ist. Das klingt irgendwie vielleicht so, dass ich dann... nicht nur im Runde schneller bin mit der Rüstung, vielleicht kann ich dann auch springen mit der Rüstung? Und generell schneller auch rennen? Der Schmugglerring war was anderes als der ermordete Typ, oder? Ich stecke mit in der Ermittlung über den Schmugglerring. Ah ja, okay. Ja gut, das ist was anderes. Äh, was wissen Sie eigentlich über Sie, Lars? Die Signalwache. Der mich runterschicken will und nicht ihn selbst. Silas Wachstaffel, warum fragst du? Ein Teil der Ermittlung, okay. Nee, ich kann eigentlich noch nichts dazu sagen. Ich will das mal fragen. Aha. Er ist ein guter Soldat, gewissenhaft, diszipliniert. Bleibt für gewöhnlich für sich. Er trinkt manchmal gerne einen über den Durst, aber wer von uns tut das nicht? Er wurde vor ein paar Jahren degradiert. Irgendein Vorfall im Norden, wenn ich mich richtig erinnere. Merkwürdige Geschichte. Er hat selbst seine Versetzung in die Garnision beantragt. Hat einen ziemlichen komfortablen Posten aufgegeben, wenn ich mich nicht irre. Hmm, klingt verdächtig. Erfinder einen Weg, das Vertrauen der anderen Wachen zu gewinnen. Finde heraus, was sie wissen. Okay. Kann ich sonst noch irgendwas tun? Spiel für mich, Recke. Spiel einfach irgendwas und überrasch mich. Wie hieß nochmal das Lied? Dass ich Silas vorgespielt habe, weil das sollte ich wahrscheinlich ihm nicht vorspielen. Die Ratte mit zwei Schwänzen. Oh komm, machen wir das einfach mal. Vielleicht kriegen wir irgendwas dafür. Wie ich aussehe. Die kaiserliche Galleone hielt Kurs auf Jakkort, die Königin der Dachse Ariane an Bord. Doch nach zwei Tagen Fahrt im schrecklichen Wetter riss das Segel entzwei und der Mast war zerschmettert. Doch die Ratte mit zwei Schwänzen erlöse den Kahn. Erlöste. Und er sank nicht auf Grund in des Sturmes Wahn. Denn er hisse die königliche Schlüpfer mit Elan. Die Ratte mit zwei Schwänzen. Oh, die Ratte mit zwei Schwänzen. Das Schiff mit Ariane lag geschützt am Dock. Er ist zwar kein Dachs, aber ganz sicher ein Bock. Die Ratte mit zwei Schwänzen zum Dank. Sie endlich die wahre Liebe erkannt. Gute Wahlrecke. Hast du jemals daran gedacht, das Singen zu deiner Berufung zu machen? Ist ja nicht so als billig eigentlich. Ein verkleideter Bade. Ja, hin und wieder, Herr Kommandant. Lass es lieber sein. Okay, warum denn nicht?